Musik Salü, bienvenue mis ami. Wenn ihr euch mittlerweile gefragt haben solltet, was ist dabei cooles Filmwert los? Schon zwei Wochen keine Uploads mehr. Ja, Leute, ich habe so viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, dass ich in der letzten Zeit an so einigen Konzepten gearbeitet habe. Und zum einen ist mir dabei eine tolle Idee gekommen, und zwar Filme aus der Anfangszeit des Kinos für euch hier zugänglich zu machen. Dabei spreche ich generell und ausschließlich von Public Domain Filmen, was also heißt, dass diese gemeinfrei sind. Um das für die Allgemeinheit etwas verständlicher zu erklären, Public Domain bzw. gemeinfrei bedeutet, dass das Urheberrecht generell erloschen ist und somit keinerlei Rechte an irgendwelchen Werken bestehen. Ab dem Moment, wo das Urheberrecht erloschen ist, gehört es der öffentlichen Allgemeinheit. Man kann also ab diesem Zeitpunkt über jene Werke, auf die dieser Umstand zutrifft, frei verfügen und darauf aufbauen, ohne um jemals dafür zunächst um Erlaubnis bitten zu müssen. Es ist jedoch so, dass von Land zu Land andere Urheberrechtsbestimmungen gelten. So zum Beispiel ist es in Amerika so festgelegt, dass ab Veröffentlichung eines Werkes, egal ob es sich dabei um ein Buch, einen Film, eine Fotografie oder was auch immer handelt, 95 Jahre Urheberrechtsschutz darauf besteht. Also gingen wir jetzt einmal vom Jahr 1910 aus und würden 95 Jahre vorrechnen, würde dies bedeuten, 1910 Ausgangsjahr plus 95 Jahre ergibt das Jahr 2005, sodass man also im Jahr 2006 frei über ein künstlerisches Werk jeglicher Art verfügen und darauf aufbauen darf, eben da es ab 2006 automatisch in die Gemeinfreiheit, sprich Public Domain übergeht. Von Seiten Amerikas wäre das also recht einfach zu handhaben. Allerdings muss man dabei zusätzlich von dem Land ausgehen, in welchem man sich befindet, denn jedes Land hat seine eigenen Urheberrechtsbestimmungen. So also auch in Deutschland, wo wir uns jetzt befinden, gilt es zu beachten, dass nicht der Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Werkes greift, sondern man von dem Sterbejahr des Urhebers ausgeht, plus 70 Jahre. Bedeutet also, Urheber XYZ hat im Jahr 1910 beispielsweise entweder ein Buch geschrieben, ein Foto geknipst, eine musikalische Komposition, geschrieben oder beim Film XYZ Regie geführt und wäre angenommen im Jahr 1920 verstorben, dass wir europaweit und somit auch in Deutschland folgende Rechnung hätten. Urheber 1920 gestorben, plus 70 Jahre ergibt gleich 1990, sodass daraus konsultiert, dass betreffendes Werk ab dem Jahr 1991 gemeinfrei, ergo Public Domain ist. Wenn ich nun also nach Filmen Ausschau halte, die ich euch freis zugänglich machen kann, so muss ich die Urheberrechtsbestimmungen von jeweils dem Ausgangsland als auch jenes von Deutschland in meiner Recherche mit einbeziehen. Ich weiß also, okay, wir haben jetzt 2022. Ursprungsland ist beispielsweise Amerika, bedeutet also 95 Jahre Urheberrecht. 2022 minus 95 ergibt das Jahr 1927. Ich dürfte euch also ab dem Jahr 2023, genauer gesagt ab dem 1. Januar 2023, alle Filme von Anbeginn des Kinos bis einschließlich 1927 frei verfügbar öffentlich machen und somit auf cooles Filmwelt präsentieren, ohne darüber zuvor mit Rechteinhabern zu sprechen. Um es klar auszudrücken, zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre es mir theoretisch ergo möglich, euch Filme bis 1926 zu zeigen. Aber eben liegt die Betonung auf theoretisch, denn wir befinden uns jetzt hier in Deutschland und da greift halt zusätzlich deutsches Urhebergesetz, welches in dieser Situation besagt, solange nicht der letzte am Film beteiligte Regisseur, Produzent, ja mitunter sogar Kameramann, Cutter, Komponist, Drehbuchautor, Dialogbuchautor etc. verstorben ist, können und dürfen die 70 Jahre nicht gesät werden. Ausgenommen sind davon Schauspieler, es sei denn, sie hätten sich auch in den eben genannten Formen noch zusätzlich an diesem Film beteiligt. Für Filme beispielsweise bis 1926 betroffen, bedeutet dies also im Klartext, wenn man jetzt von 1926 70 Jahre zurechnen würde, bedeutete dies, dass ich theoretisch seit 1997 bereits über viele Filme frei verfügen könnte, nicht wahr? Eben nicht, denn wenn jemand, der mit für den Film verantwortlich war, angenommen erst 1976 verstorben ist, so zählen die 70 Jahre erst ab diesem Zeitpunkt, sodass ich persönlich erst 2047 frei über dieses Werk verfügen durfte, ist gleich, ja, 1976 70 plus 70 Jahre. Und mit all diesen Dingen habe ich mich halt seit über zwei Wochen mehr als intensiv beschäftigt, denn es ist mir mehr als nur wichtig, auf der sicheren Seite zu sein. Seither bin ich natürlich zusätzlich noch damit beschäftigt, Filme für euch zu finden, die diesen Ansprüchen standhalten. Und ich bin auch fündig geworden, sodass ich in der Lage bin, cooles Filmwelt um eine neue Kategorie zu bereichern. Sobald dieses Video nun also on gegangen ist, werde ich mich mit dem Schreiben des Skriptes befassen, damit das erste Video dieser Art hier auf cooles Filmwelt veröffentlicht werden kann. In dieser Zeit könnt ihr sehr gerne auf cooles Filmwelt selbst stöbern, denn ich habe euch hier auch sehr viele Playlists zu bieten, die die Wartezeit verkürzen. Bis dahin, alles Liebe für euch und Salüab und Tomizami, eure Kulle.